Leute, was war gerade eben los? Ich hatte so mega was im Auge. Mein Auge hat angefangen zu drehen und weh zu tun. Und ist mega rot gewesen. Ich musste die Aufnahme unterbrechen. Und ich habe gerade gesagt, Alter, mein Auge, da bin ich richtig ausgerastet gerade. Wow. Ich sage euch, Leute. Oh nein, er ist an die Kiste zuerst gekommen. Okay, was haben wir hier drin? Nichts Gescheites. Yay. Dude, hast du mir was? Komm, kriegst du ja das da und kriegst du das da. Und das ist weg. Und das ist weg. Ich habe nichts. Ich habe kein Schwert. Dann bauen wir uns rüber. Komm. Ich habe das da, das da und das da. Nein, wir müssen uns rüber bauen, Junge. Rüber. Rüber. Ich habe keine Blöcke. Können wir uns rüber bauen? Oder wollen wir jetzt hier versinken und versumpfen? Muss ich jetzt Blöcke abbauen, damit wir hier weitergehen können oder was? Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Was für eine Scheiße. Ich habe gesagt, ich werde jetzt so lange aufnehmen, bis ich eine Teamrunde gewinne. Keine Solo-Runde, sondern eine Teamrunde. Und ja, dann schauen wir mal, wie lange das braucht. Das ist natürlich nicht so, also wenn ich es nicht schaffen würde, dann darf ich es halt nicht. Mein Gott. Aber... Aber... Okay, was macht er hier? Kommst du rüber? Ähm... Ja, wenn ich es nicht schaffe, ist es auch nicht so schlimm. Aber ich nehme jetzt halt ein paar Runden auf, bis ich mal vielleicht ein bisschen weiterkomme. Vielleicht sogar gewinne. Was machst du denn? Da hinten ist ein Gegner. Ah, okay. Da hinten sind doch Gegner. So, ich komme mit. Hier ist einer. Den da. So, den da. Ich gucke es mal einfach runter. Das war ja easy, oder? Hast du gesehen? Einmal einen Kill bekommen. Die Chipsen einfach alle runter. Du könntest jetzt vielleicht ein bisschen wrecken. Ich habe leider kein Fleisch und kein gar nichts. So. Ich gehe voraus einfach. So. Und das war es mit ihm. Wenn ich hier guten Kombos... Komm, komm, komm. Yeah. Da habe ich ihn richtig abgeschlachtet. So. Darf ich noch nicht angegriffen werden? So. Ich habe das Diaschwert am Stiesel. Mein Teamkollege ist leider am Arsch. Rübers zum Werfen. Habe ich nicht. Ich habe aber eine Angel. Besser als gar nichts. Das ist Schatzscharpen. Das ist eins. Immerhin. So. Ich komme rüber. Hallo. Oh. Der wirft mir den Eiern. Oh, der hat einen Bogen. Oh, der hat einen Bogen. Oh, der hat einen Bogen. Das war es für mich. Dagegen kann ich nichts tun. Dagegen kann ich nichts tun. Außer vielleicht... Ja. Feuerschwert oder was? Nee. Nee. Okay. Keine Chance. Ohne Teamkollegen. Null Chance. Aber wenigstens haben wir ein bisschen zusammen gespielt. Das wäre ja gut. Vielleicht schaffe ich es mal auch eine Runde, den Team normal zu gewinnen. Wow. Letzte in der Runde. Das war schön. Ich komme gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig wieder mal. Warrior Eminem. 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 Okay. So. Okay. Nichts. Nichts. Immerhin Snowballs. Und Schwert. Blöcke nehme ich mir auch noch mit. Das kannst du haben. Geh mir erstmal den Apple. So. Und dann... Also was ich mir noch gönne. Hier den Weg nach drüben gönne ich mir. App. 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 So. Uh. Und dann... Schlachten wir ein bisschen rum. Hier. Hier ist niemand. Dann ist ausgeräumt. Wo ist mein Teamkollege? Kollege Schnürschuh. Hallo. Ja. Wir fahren mit den Eiern, ne? Wow. 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 Nein. Was hat der für eine Waffe denn? Ich hatte den Apfel. Ich habe eine Rüstung. WTF. Okay. Okay. Möglichstens geht es meinem Auge besser. Scheiße. Wieder verkackt. Wieder eine Runde. Team verkackt. Woo. Ab in die nächste. Ab in die nächste Runde rein. 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 In die Sekunden geht es los. Ja. Machen. Was in der Hose? Ne. Ich habe was in der Hose. Witzig. Sehr, sehr witzig. So. Komm jetzt. 4, 3, 2, 1. Hi. Wie geht es dir? So. Go. Steak. Wow. Hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt. Ah ja. Wert. Das da. Okay. Und dann geht es rüber. Wie gehen rüber. Wie gehen rüber. Wie gehen rüber her. So. Kommst du mit? Vielleicht kommt er auch nicht mit. Sehr gerade wenn er nicht mitkommen will. Ist aber nicht mein Problem. Hier ist doch jemand drin. Ich höre es doch. Dudulu. Oh. Hallo. Na? Na? Uh. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Und mein Teamkollege verliert auch. Komm. Scheiße. Irgendwie läuft es heute nicht. Ich meine. Ich weiß nicht. Ob ich habe jetzt einfach die falsche Taktik. Ich meine. Was muss ich denn machen. Um. Richtige Taktik hier zu haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Ich spiele einfach noch mal eine Runde. Warlords nachher. Wenn wir jedenfalls was anderes haben als nur Skywars. Was weiß ich. Wie viele Folgen Skywars jetzt gekommen sind. Oh mein goodness. Oh mein goodness. Oh mein goodness. So. Ich freue mich ja schon. Kommt jetzt. Macht einfach wieder. Los. 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 Hallo Simple Gamer. Na? Oh. Ups. Hallo. Hallo. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Simple Gamer? Simple Gamer. Simple Gamer. Willst du mit mir zusammenspielen? Ich will mit dir zusammenspielen. Ah. Nervt dich, he? Nervt dich jetzt, was? Nervt es dich? Nervt dich. Hupps nicht. Hallo. Einer noch. Komm. Ab in diese Runde. Und dann geht's los. In 10 Sekunden. So, wir spielen nicht mit Silberwolf, äh, Simple Gamer zusammen, sondern mit Ducky Wolf. Ducky Wolf! 2, 1, Risiko! Ducky Wolf! Let's get dangerous! Ducky Wolf! Ducky Wolf! 2, 1, Risiko! Ducky Wolf! Let's get dangerous! Bist du mit mir am Stiesel? Ist mir egal, ob er mit mir am Stiesel ist. Kommst du? Er kommt, immerhin. So. Ducky Wolf! Ducky Wolf! Oh, das war's für mich! Das war's für mich! Das war's für mich! Ich bin gestorben! Und... Mein Teamkollege anscheinend auch, ne? Ne, da steht er noch, oder? Ne. Wieso das? Doch, das ist er, oder? Ne. Ist er nicht. Ja, der Ducky Wolf ist wahrscheinlich auch schon tot. Schade drum. Schade drum. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Duing! Ab da rein! Enorme Mode nochmal! Komm! Schnelle Runde! Schnelles Glück! Jetzt geht's ab! Prepare to fight! Prepare to fight! Prepare to fight! Ehhh... Prepare to fight! Huge potato! Huge potato! Huge potato! Huge potato! Huge potato! Huge potato! The AFK? Egal! Geil. Brrrr! So. Runter noch. Komm. Schneebälle. Alles klar. Die kannst du das haben. Kannst du das haben. Dann bauen sie aber wenigstens rüber, bitte. Mehr hab ich leider nicht. Das habe ich noch Und drin ist nichts mehr Mehr habe ich leider nicht, jetzt müssen wir rüber Junge Können wir rüber Das ist richtig Läuft ihr da was Danke So Okay Dann machen wir das halt so Komm ich habe doch Instance Melting fürs Team Aus irgendwelchen Erfindlichen Gründen habe ich aber auch keine Resistance mehr Ich habe leider nichts Wir können uns hier Ausrüsten, aber Damit hast du nicht gerechnet, oder? Ah, okay Ja ich weiß nicht Was wir hier machen sollen Traust dich raus Traut ihr euch raus Wartet nun auf Euch runter zu schubsen Gehst du rüber? Okay Alles klar Wir gehen rüber Wir gehen rüber Wuhu Attacke Ich bin gestorben Kreise Mein Teamkollege ist auch gestorben, oder? Ja Kreise Nächste Runde gewinne ich sicherlich Ich bin gestorben Ich bin gestorben Begeismus Ich bin gestorben J strum J wins